hallo und herzlich willkommen bei die tower bros heute spielen wir das spiel das heißt double hitler mein lieben freund ich bin kein nazi habe es mir nur bei den berühmten juta waren angesehen auch gesagt okay dann mach ich das auch mal für meinen kanal für unseren kanal und ich wünsche ihnen freude bei diesen spektakel schatten mal die brothers schiegelgrube zu austrian javs unital in der passion for art no i don't need the film until one day decide ob er noch kommen noch plant an der top of each other die wort enroht in der basberkeit des arts school in oh trincom in wiener my god mommage aha under the false pretence of being grown out little kid Ich bin der Führer, ich sag, wenn ich komm. Okay, ich weiß die Kontrolle, thank you. Guten Tag, was muss ich denn machen? Äh, Alter, hab ich gestern zu Navig zu viel getrunken. Ich zeichne Ihnen einen Schotzen-Penis, wenn Sie wollen. Das geht nicht! So, so sieht ein Penis aus. Ein guter Penis! I just have to... Okay. Alright, that's nice. Ich weiß, Sie müssen es mir nicht sagen. Da werde ich wieder wütend, wenn ich sowas sehe. So. 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 That's... Very creative. I know. One more and more good. I suppose. Do you see the nibbles? Those nibbles... Are perfectly. Möates high-comm kollagen. Meist heiß, cuatro. In diesem Brother. Doch. Wie eng ist ein zwei Düb oversgyörten. Was? Was? Die ist Nibbles Oh, ja, Nibbles Was, die kommt nicht, oder? Nein Nein, das ist mir gar nichts mehr Nibbles Oh, gut, also Nibble Oh, ja Sie haben mir nichts zu befeiern Wer hat denn die Kamera? Das hat gar keine Post Entschuldigung, die Kamera Fällt immer wieder um Muss ich hier einen Pinkel denn aufzeichnen? So etwas muss ich fast nicht sagen Nein Mach es doch einfach Ich kann nicht malen Ich male höchst den Weg Mach Jetzt wird ein stolzer Penis gemalt Oh, yes Scheiße Scheiße Ist egal, nein Aufnahmen wurde unterbrochen, guck Du bist richtig auf los, du Depp Warte, es wurde nur unterbrochen Es war ein Cut, ne? Lass uns zurück, ich mach's schon Entschuldigung Entschuldigung bitte den kleinen Cut Hier kam gerade eine Nachricht Ich bin ausgesehen auf Ich kann das nicht! Ausgesehen auf Dings gegangen auf Okay Und dann habe ich Aufnahmen unterbrochen Wurden So Wie zeichnet man einen Affen? Ich zeichne einfach mal einen Kreis Mit einem Affenkopf So So Mach doch einfach einen Shit Sinn Ich kann keine Affenzeichen Du musst nur die Linien nachteilen Sind ich schwul? Oder wieso ist das hier lila? Ach Wieder aggressiv Muss ich werden hier Ich kann das nicht Adolf Kann das nicht Du bist dumm Um die Linien nachteile Ganz schön schwer Die Steuerung ist hier ganz schön schwer Oh Tut mir leid Du kannst schon irgendwie hier Das ist gar nicht gewohnt Diese Steuerung Entschuldigung nochmal wegen Paranormal Dass ich das nur angespielt habe Aber Lass es mir sagen Es ist zu viel für mich Es ist zu hart Es ist einfach zu hart Scheiße Wer hat mir so in die Hosen geschießen? Ich sah es gerade nicht mehr vor dem Bildschirm Das stimmt wirklich Ich auch nicht Ey das gibt's doch nicht Was ist Entschuldigen Sie Ich kann das nicht Ich hätte gern Schokoladenpulli Ich hätte gern Schokoladenpulli Ich hätte gern Schokoladenpulli Ich hätte gern Schokoladenpulli Entschuldigung Entschuldigung Ich habe auch Ich habe gern Schokoladenpulli Ich habe nur ein bisschen näher Ich habe nur ein bisschen näher Ich habe nur ein bisschen näher ach komm schon ich kann das nicht du hast doch auch schon geschafft ich weiß im anspielen habe ich geschafft ja ist doch nicht so schwer jetzt schau halten sie die klappe oder ich vergaße sie besser kann es nicht das rede ich jetzt nicht vor jetzt geht es los ja ich bin wirklich kein asiat ich bin da immer so lustig okay verstanden ich bin ich bin ein bandführer und du bist meiner ich muss nur von vorne anfangen scheiße hier hier größe bei diesem video an marvin ja auch weiß wie ich ja total aber eigentlich finde ich scheiße was Hitler gemacht hat scheißkamera ja so sollten wir die folge nennen oh buh ja f*** dich heils maul mal wja weißt du denn jetzt komm her komm her komm her so Was erlauben Sie sich? Noch einmal so ein Tonfall und Sie werden vergasst. Ja, mein Führer, sparen Sie sich das. Muss wieder aggressiv werden. Ich habe meine Pillen, aber sie bringen mich an mein Ende. Ich habe nur einen Horn, denn ich bin Adolf. Aber denken Sie daran, wenn man nur einen Horn hat, kann man nicht ficken. Ich habe das schon veranlasst, dass die Glöte überall gesucht wird und sie fallen mir wieder ins Wort. Ich glaube, es ist nur ein bisschen. Auch ein bisschen. Schreibt er wirklich, dass Hitler nur einen Hoden hatte? Krass. Krank. Ich gehe wegstrazieren. Guck mal, Mama, der ist schwul. Guck mal, der ist schwul. Der ist schwul? Der da. Der da, der da. Guck, wie du aussiehst. Du redest voll scheiße. Wafür! Was soll ich machen? Ich bin auch nur ein Kind mal gewesen. Sie stellen mir einen Weg, Soldat. Gehen Sie bitte weg. Baa! Entschuldigung, weil Sie mich scheiße machen. Ich bin selber lustig hier. Das ist unglaublich. Sie sollte man vergasen. Ups, oder? Ich gehe. Guten Tag. Mein Führer. Mein Führer. Da gehen wir lang und da. Da gehen wir lang. Und dann gehen wir da. Halten Sie die Klappe. Da gehen wir lang. Und dann gehen wir da lang. Und dann gehen wir hier rum. Und dann. Dann zeigt euch. Der Rest der Welt zeigt euch der Führer persönlich. Ich führe euch. Ups, allein. Mein Führer. Steinere Kräste. Okay, ich denke. Moment. Wir können hier lang gehen. Hoffentlich treffen wir nicht auf die Amerikaner. Die werden fluchzeichen kommen. Baa! Sind... Yes, mein Führer. Alte mit Wicht. 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 Kommandär. Mein Führer. Mein Führer. Mein Führer. Sie.... Entschuldigung. Sie... Sie... Sie haben es mehr verdient, als die ganzen Juden vergaß zu werden. Ich bin ein schlechter Mensch gewesen. Guck, was ich mit meinem A machen kann. Kannst nicht? Bein oder Sau. No. Nein. Mein Führer. Mein Führer. Ich bin ihr Führer, ich bin sein Führer, ich bin dein Führer. Kaufen Sie die Führer-App und ich führe sie zum Ziel. Mein Führer, die Trupps won't be able to get through there. Go get through there! Sie sind schwul, das tut ich nicht, sie sollen vergaßt werden. Steiner, vergasen Sie ihn. Unglaublich. Halten Sie die Klappe, sie schwule Sau. Ne? Das interessiert mich nicht, sie sollen einen Wegzutdruck finden. So. Can pass through there. Oh ja, dann sollen Sie den Weg durchsuchen. Ich bin der Führer. Ich bin der Führer. Sie sollten sich schämen. Ich bedarf es nicht mit Popeln. Oh Mann. Dock, 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 dock. Seien Sie diese riesige Karte. Sehen Sie, die Kaiserschein kommt bitte schön. Ich fühle mich einfach so lustig, wie der hier geredet hat. Diese vertrocknen Stimme. Entschuldigen Sie, sind Sie von der Kantine? Entschuldigung, sind Sie von der Kantine? Ja? Sind Sie von der Kantine? Hab ich gefragt. Ach, Sie sind von... Ja? Ey! Mein Führer! Ah ja, bin ja nur ich, ne? Entschuldigung, sind Sie jetzt von der Kantine oder nicht? Ich hätte neben was zu essen. Was hätten Sie denn zu gehen für Essen, mein Führer? Ein Schokoladenpudding. Ein braunen Schokoladenpudding. Ich werde wie aggressiv, wenn er lila ist. Da ist ein Mann. Da unten ist ein Mann und da oben ist ein Mann. Sie sitzen hier, wieso gehen Sie nicht in die Schlacht? Was fällt Ihnen überhaupt ein? Oh, I'm doing a wibbly wibbly. Look at me, yeah. Oh, oh! Mein Führer! Ja, ja. Bin ich ja nur. Ich kann das nicht zeichnen, tut mir leid. Hallo? Ich kann doch nichts heißen. Mein Führer. Steckt immer einen Stock in die Nase. Ja, oh. Oh. Das. Guten Tag und herzlich willkommen zu unserem Sexualunterricht mit Adolf. Das hier, meine lieben Kinder, ist der Genitalbereich. Dort befinden sich die zwei Hoden. Hier. Es gibt aber auch Sonderfälle wie mich. Die haben nur einen. Die werden etwas ganz besonderes. Das da nennt man die Nase. Da kommen Bakterien raus. Das hinter. Das hinter. Entschuldigung, ich habe wieder Störungen. Das hinter dem. Hinter dem. Hinter dem. Hinter dem. Hinter dem Pimmel. Nennt man den Arsch. Der Arsch, da kommt Ausschern raus. Für ihn hier. Ist es ein Sexualloch. Weil er schwul ist. Schwul, schwul, schwul. Das hier nennt man ein Telefon. Damit kann man zwar nichts machen, aber es ist trotzdem geil. Das ist ein stolzer Führerhut. In dem können Spermien ausgearbeitet werden. Der höchsten Klasse. Nur blonde Jungs würde ich haben. Das ist eine Tasche. Das ist eine Tasche. Das sind diese wunderschöne Stiefel. Oh jetzt mal wieder. Oh. Was war das? Ihm gefällt es, wenn ich da rumspiele. Ja. Gefällt es hier. Ja. Guck mal. Ich kann es auch schneller. Ich kann es auch schneller. Ja. Was kann ich mit meinem Arm machen? Das ist voll ekelhaft. Das hier ist ein Mund. Da kann der Pullermann eingeführt werden, wenn es sie wollen. Das hier nennt man eine Vagina. Bekannt als Muschi oder Zitronenloch. Da kann man sowas hier einfügen, wenn sie wollen. Komm Soldat. Wir gehen jetzt in die Kantine und machen rum. Da lang. Da ist lang. Soldat. Kommen Sie jetzt. Da ist lang. Da. Da. Da ist lang. Da. 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 Sehen Sie nicht mal einen geilen Blick? What the fuck? Look at that. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. What do what do what do what do. Sie. Komm mit mir. Sie kommt mit. Sie kommt mit mir dahin. Haben Sie schon. Wir sehen uns. Ich behalte sie im Blick. Im Adi-Blick. Entschuldigung aber wo geht es denn hier zur Kantine? Entschuldigung. Mein Führer. Oh ja. Sie sind ja nicht mitgekommen. Ich bin pretty sure. Es ist so warm. Mein Führer. Wie reden Sie denn? Der Minimalbereich sieht gut aus. Es wird Zeit, dass sie sich mal wieder rasieren. Sie ist sau. Tschüss. So. Mein Führer. Oh. Halt's bauen. So meine lieben Freunde. Ich denke ich werde die Folge hier beenden. Ich hoffe ihr hattet Freude bei dieser Folge. Wie gesagt. Ich hasse die Nazis. Ich finde es einfach nur lustig wie Hitler geredet hat. Aber. Wir sehen uns beim nächsten Mal wenn sie ihre heiße Teil raus. Und nicht vergessen. Bitte. Abonnieren. Arrivederci. Ja. Bis zum nächsten Mal.